Aber das Schlimmste war eigentlich gar nicht so, dass das Equipment weg war, sondern das Unangenehmste war einfach dem Kunden beizubringen, wir müssen das nochmal drehen. Datensicherung, ich habe auch schon Daten verloren. Ich habe mir eine wunderbare SD-Karte gekauft für 300 Euro. Und irgendwann stand da, geht nicht mehr. Ja, und ich war dann auch im Arsch. Das war sehr teuer und die Daten waren weg und ich mache genau das hier. Das wird auch alles im Hintergrund, alles kopiert und gesichert. Und das Problem ist halt diese mega Größe, diese Speichergröße, das schnell wegzuspeichern, das ist halt wirklich ein Problem. Aber das Schlimmste war eigentlich gar nicht so, dass das Equipment weg war, sondern das Unangenehmste war einfach dem Kunden beizubringen, wir müssen das nochmal drehen. Das will ich nicht noch mehr erleben und seitdem mache ich das immer schön ausführlich. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.